Moin, mein Name ist Erik Horster, ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit dem Schwerpunkt Digitales Marketing und Tourismusmanagement. In diesem Video möchte ich Ihnen das Tool HyperSuggest vorstellen. Dieses Tool ist kostenfrei und sehr gut geeignet, wenn Sie zunächst Suchbegriffe sammeln möchten. Sie können einen initialen Suchbegriff in den Suchschlitz eingeben und das Tool wirft Ihnen dann Vorschläge zu diesem initialen Suchbegriff aus. Sie können das Ganze auch sortieren, dass Sie entweder zunächst das initial eingegebene Keyword und davor ein anderes Keyword haben, sodass Sie eben Suchphrasen ermitteln oder umgekehrt, oder eben ob an beiden Enden noch weitere Keywords zu dem initial eingegebenen Keyword stehen sollen. Zusätzlich ist die Möglichkeit, hier eben Fragen generieren zu lassen zu einem Suchbegriff, also beispielsweise, wo Rasenmäher kaufen. Auch das kann Ihnen helfen bei der ersten Keyword-Recherche. Weitere Möglichkeiten sind, dass Sie hier entweder die Suche auf Google beschränken oder aber YouTube und Google Shopping mit einbeziehen. und Sie haben dann eben eine Suchergebnisliste, die Sie auswählen können. Das heißt, Sie können einzelne Suchbegriffe, die Ihnen passend zu Ihrem Produkt erscheinen, auswählen und diese dann in einer Liste anzeigen lassen, kopieren und entsprechend in Ihre eigene Liste übertragen können. Das heißt, Sie können einzelne Suchbegriffe, die Sie auswählen, 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 auswählen und auswählen. Das heißt, Sie können einzelne Suchbegriffe, die Sie auswählen, 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 auswählen und auswählen.